So, ich erkläre jetzt mit paar Worte, was eigentlich Baby Beach macht. Also Baby Beach, wir haben in drei Standorte momentan, im Hanna, in Darmstadt, in Frankfurt und ich würde jetzt einfach sagen, dass Salz, also hier sehen Sie, wie die Salzgenerator arbeitet, wie viel Salz wird reingebucht, dass Salz beeinflusst, was beeinflusst eigentlich? Salz-Inhalation, also Schleim wird dadurch einfach flüssiger, flüssiger und fließt raus, das sieht man sofort, deswegen wir haben da Tücher überall, damit kann man einfach die Nasen sauber machen. Atemwege werden bereinigt natürlich und befreit. Salz wirkt entzündung, hemmend und antibakteriell. Dadurch, dass das Bronchien von den kleinen Kindern werden einfach bereinigt mit dem Salz, sie werden weniger anfällig, das heißt, die Kinder, die bei uns, wir sitzen in Frankfurt schon seit 2010, die sind weniger krank, sind weniger anfällig, weil Salz stärkt das Immunsystem durch Natur belassene Sohle. Das heißt, in dem Salz befinden sich alle Mineralen und Spurelemente, Calcium, Kalium, Magnesium, Brom, Jod und dadurch, wie gesagt, wird auch das Immunsystem sehr stark gestärkt. Und keine, also wie gesagt, weniger, die werden weniger anfällig, das ist auch gut und weniger Gefahr für solche Krankheiten wie chronische Bronchitis, Asthma, weil solche Kinder haben wir auch leider, dass sie einfach oft zuerst erst mal krank waren, sehr oft, dann haben sie immer Kartison bekommen und jetzt ist schon Diagnose Asthma oder chronische Bronchitis und das ist natürlich sehr traurig. Deswegen einfach 45 Minuten kommen, so ein prophylaktisch einmal pro Woche reicht, das macht auch viel Spaß, Kinder und wie gesagt, dann werden sie auch weniger krank sein.